Hallo Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Eines neuen Formates, das ich jetzt den Serien widme. Und zwar, wir fangen mit der ersten Serie an. Der Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles. Eine 2D Neuauflage der Serie rund um die 4 populären Schildkrötenröder. Leonardo, Raphael, Donatello und Michelangelo. Die Vierbrüder entdecken neue Kräfte und mystische Welt unter der Straße von New York City. Sie müssen erst lernen, zusammenarbeiten, um die Gefahren der modernen Zeit zu überwinden. Die Turtles entscheiden sich diesmal nicht nur anhand der Farbe ihrer Masken, sondern auch durch ihre Gattung. Zudem ist nicht nur Leonardo, Leo der Anführer, sondern sein erwachsener Bruder, Raphael, genannt Raph. Leo hingegen ist der coole Rebell, Donnie auch genannt, der Technikgenie und Misthähkchen Michelangelo, Magie, der junge Wilde, der Truppe. Mit dabei sind auch wieder die mutierte Ratte Splinter als Mentor und Ziehvater, sowie April O'Neil, eine junge, menschliche Verbündete der Turtles. In der Neuauflage mit afromechanischen Wurzeln. TextGR Also, die Serie habe ich jetzt geguckt und ja, sehr schön gezeichnet. Sieht sie aus, super hinbekommen haben die Publisher und natürlich die, nicht Entwickler, sondern eher die Hersteller dieser Serie. Die haben sie auf jeden Fall richtig schön hinbekommen und ja, Splinter sieht auch nicht mehr so aus wie der jetzt in dem alten, also in dem, wo die teenischen Ninja Turtles sind, also die alte Version, wo alles in 3D noch war. Da ist der Splinter viel kleiner und viel anders. Und ich wollte jetzt nur mal kurz, ja, dem, der Serie sagen, dass es eine super Serie ist, ich sie weiter verfolgen werde. Und ja, die erste Staffel erschien 2018, also letztes Jahr. Und ja, jetzt warte ich auf die nächste Staffel, falls es irgendwann dazu kommen sollte, dass es mal in die zweite Staffel rauskommen wird. Auf jeden Fall, ja, sehr nette Serie und empfehlenswert für alle Kleinkinder besonders, auch als auch die Erwachsen natürlich, die früher mal die ganzen Teenage Mutant Ninja Turtles geguckt haben. Ja, das war mein erstes Video zu diesem Serienbeitrag und ich freue mich auf weitere Videos, die ich erstellen darf für meine Zuschauer. Also, wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, gebt dem Video Daumen nach oben, damit ich ein positives Feedback bekomme von euch. Und schlagt mir auch mal gerne vor, welche Serien ihr von mir hören wollt oder welche ich mal gucken sollte. Sonst, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.